Nein, 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 nein! Der mit seinem Haltbarkeitsschwert... Ajo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Survival Games mit dem logischen Vogel. Hi! Ja, wir spielen, ich sag mal, auf unserer Lieblingsmap Wazewood Und wir haben da vorne einen Konkurrenten Ich glaube, der schnappt uns das Eisenschwert weg Und davor habe ich Angst, muss ich ehrlich gesagt sagen Ja, den holen wir schon irgendwie Werden wir den schon kriegen Ich hole mir die Kiste hier links Wenn wir Glück haben, ist da ein Schwert drin Ich laufe direkt ins Haus Der ist dumm Er geht ins Haus Alter, das ist ein Dummer Oh mein Gott Er geht direkt hoch Er hat sich nicht mal die Kisten hier am Rand geholt Okay, ich habe ein Steinschwert Okay, Logo, ich komme ins Haus Ja, ich loote jetzt hier noch die Kisten Warte, ich mache Shader schnell aus Gut, wow Okay, ich glaube, er ist oben auf dem Dach Ähm, so, so, so Ich loote da die Kisten Ah, da ist er, da ist er Der ist schon ein bisschen dumm Der hatte gar nichts Ja, der ist nicht hochgegangen Die hier oben sind noch Ich habe auch ein Eisenschwert, Besten Jawohl, jawohl, jawohl Jetzt dürfen wir nur noch beten, ne Dass kein Nvidia Crash kommt Ja, das ist wirklich Das passiert einfach so oft Das macht einem immer die Runden kaputt Ja, aber sowas von Hatten wir gestern auch eine gute Runde Und dann, bam Und dann, zack Logo timed out So So, bin Level 1 Wunderbar Ich komme jetzt auch hoch Ich brauche, äh, Chestblade Ich brauche einen Helm Ja So Hab alles Oh, ich habe noch ein Eisenschwert hier oben gefunden Hier gibt es den erstmal Rüstung Ähm, gut Ah gut, wir sind in der Teamrunde Perfekt Wunderbar Da unten sind zwei Leute Ich hole mir aber noch kurz die sneaky Kiste hier am Rand Hab noch einen Tracker für dich jetzt Okay, das ist perfekt Warte, ich komme runter Ja Dann können wir uns So, ich gebe dir hier den Tracker Lass mal trocken Ja Hm Du nicht Ich glaube, die sind Richtung Farm Na, immer Na, eher, wenn ich unequipped bin Dann habe ich am meisten Angst Ne, wenn ich unequipped bin Dann schiebe ich es immer auf die Kisten Dann sage ich Da war in den Kisten nichts Gutes drin Gut, da ist einer Den dürften wir uns aber gut vornehmen können Achso Dacht schon, der heißt Na, in die Logo oder so Warte, ich booste dich mit dem Apple Jo, einmal Gut, ein Hit Oh Der hat Covid Pass auf, dass er dich da nicht rein hat So, ich hau dich mal drüber Oh Oh, und ich habe ihn auch gehauen Und vielleicht noch ein oder zwei Hits Okay, jetzt hält er doch ein bisschen mehr Äh, push, push, push Ich bin vor dir, ich bin vor dir Achso, wow Nein, ich habe dich geschlagen Ich habe dich geschlagen Miss, miss, miss Ah, den kriegen wir noch Den kriegen wir noch Ja, ja, ja Ich brauche dann nach Danach brauche ich was zu essen Gut, gut, gut Ich hoffe, du hast was Nee Dann, warte, ich droppe dir hier vier Hühnchen Gut, ich bin ihm noch auf den Fersen Okay, gut Ich bin weiterhin am Start Den kriegen wir Okay, 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 okay Wir kriegen das hin Wir kriegen das hin Ich versuche ihm Er rennt zwar Aber der wird nicht immer wegrennen können Nee Geht nicht So Vielleicht muss er essen Dann haben wir ihn Ich habe mir ein Hühnchen gegeben Uh, los, 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 los Komm, 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 komm Und Und er wird Gefühlt wird er schon langsamer Oh nein Ich bin an einem Block hängen geblieben Nee, ich bin da auch hängen geblieben Ich hatte nur Glück, dass ich an der vorderen Kante war Ey, dieser Leon Aua Ich habe ihn Jawohl Gut, 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 gut Ähm, ich gehe zum Spawn Ich habe ein Level Ich werde verzaubern So So Ich habe einen Eisenbrustpanzer Hast du Ja, ja, ich protecte dich Ich protecte dich schon Gut, 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 gut Perfekt Bin genau hinter dir Zack Und zack So Äh, haltbar, keine Eins Willst du mich fragen? Ich wollte Schärfe Oh, Deathmatch schon Oh Wunderbar Ja, genial Yeah So Was für eine Runde Einfach ein Kampf Ich bin dafür Wir machen danach nochmal eine Runde Aber dann auf einer anderen Map Das heißt, dass die Folge Einfach ein bisschen länger dauert So Äh, jetzt müssen wir erstmal Gewinnen, ne? Schafen Moscheln Mal gucken Bin da zu vorsichtig Ja, für dich ist es einfach logisch Ja Oh, ist noch eine Kiste Die waren noch nicht gelootet Perfekt Äh, hier auch nicht Und Heal Potions Hier auch nicht Genital Genial Gut, gut, gut Oh, hier gibt es übrigens Ein Heal Pot hinten In diesem Brew Stand Den kannst du raus Gut Lott, das ist auch ein Team Das ist auch ein Team Das ist auch ein Team Ja, er brennt, er brennt Der eine brennt Der eine brennt Lass den rausnehmen Geh, geh auf den Der brennt Lott Warte, ich komm Und, oh, dem hab ich ordentlich gegeben Renn, 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 renn Ja Bam Gut, Logo Gut, Logo Also Teamrunde Gewonnen Und jetzt geht es einfach nur noch so ums Duell Hast du Ist hier irgendwo ein Crafting Table Dann könnte ich dir noch ein Dia-Schwert Ach was Weißt du was Scheiß einfach drauf Wir spielen mit dem Equip Den wir haben Es ist mir scheißegal Wie fair oder wie unfair Jeder hat einfach anderes Equip Und gut So Okay Bist du bereit? Ich bin bereit Dann geht's los Okay Ah Das klang wie dieses A-Fühlgurt Dieses A am Anfang Gut, jetzt gehen wir schnell noch Nein Ja, nein, 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 nein Der mit seinem Haltbarkeitsschwert Na, komm raus Ich wirf dich mit dir's ab Ah Schnell Oh Nein Mist, Mist Nein Verdammt, verdammt Egal Oh mein Gott Ich würde sagen Cheer, Cheer So GG Ey, ohne Wiss Das ist der Hammer Und ich würde sagen Wir spielen jetzt einfach noch eine Runde Im Anschluss Ich such mal kurz eine Map aus Oh, da ist Wastewood Ne, wir spielen Steam Shire Island Und machen Slash Start Ja, die Map Die habe ich schon lange nicht mehr gespielt Aber ich habe jetzt gerade irgendwie Bock drauf So Kennst du dich gut aus Auf dieser Map? Ja 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 Warte Wo bist du, wo bist du, wo bist du Wo bist du Wo ist der Logo Da 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 Guck mal Wir rennen über die Lillipads Und den hohen Turm dort Den dort Okay Ich fixiere die Kiste da Ich hole mir die Kiste Und ich renne direkt durch zum Turm Und dann gehst du einfach hoch Und das ist der Turm, wo du da ins Wasser Also der erste Turm Äh, rechts Der rechte Turm Wenn du jetzt gerade ausguckst Der ganz rechte dort Der dort am Okay Ja, wir kriegen das hin Ja, du wirst mich schon sehen Du wirst mich schon sehen So, ich renne ja jetzt hier gerade aus Oh Mist, ich bin ins Wasser gefallen Ich hab Sachen So So, hier lang Ich bin hinter dir gleich Gut, ne Waffe hast du Nee, nee, nee Ich hab nur einen Punkt Gut, ich dropp einen auf dem Weg So Gut Perfekt Weltklasse Wunderbar Oh Gott, ich dropp dir noch ne Oh nein Alles gut Hier liegt noch ne Eisenachs auf dem Weg Hier liegt noch ne Eisenachs auf dem Weg Hab sie Gut Wir gehen weiter Äh, kannst du mal kurz nach hinten gucken Oder, warte, warte Ne, alles okay Alles okay Alles okay So, perfekt So, wir gehen jetzt einfach hoch Und dann holen wir uns hier alle Kisten Hier ist so viel Loot für uns beide Ich hab einen Eisenachs auf dem Weg Okay Ja, warte, gib's mir oben Gib mir gleich auf der nächsten Ebene Warte So Bevor uns jemand hier angreift Da Ähm, danke So, zack, zack Oh, kommt Ah ne, ich dachte es kommt einer Alles noch gut Alles noch gut Ich hab die Treppengeräusche gehört, so Hier gibt's so viele Kisten Ich gehe immer lang, wenn ich mal Steamshire Island spiele Okay Du hast für alles die perfekte Route, kann das sein Ja, die ist doch schon uralt Die Route Ja, aber ich hab das schon so lange nicht mehr gespielt So, das ist ja noch ansehen Warte, ich hab einen Tracker, da muss ich dich kurz wegnehmen Ja, ich auch, ich auch Ähm, hier ist noch ne Kiste Oh, du Ach, da am Rand, da geh ich ja nie hin Da kommst du aber nicht mehr hoch Ja Oder? Und Bam Nein Ich schaff das Achtung Oh, Entschuldigung Oh, nein Hä, ich wollte was essen, so Wenn ich Ja, ja, ja Wow, ich bin gut So, ich hab dich schon von meinem Tracker entfernt Warte, ich dich auch So, perfekt So, wunderbar Hier kommen noch einiges an Kisten Sind noch zwei Stockwerke Echt? Voll mit Kisten Okay, perfekt Ein bisschen Essen Äh, das ist noch ne Hose Wunderbar Ah, jawohl Ich kann hier ein Eisenschwert craften Oben übrigens Nice Ich hab einen Dia Dann brauchen wir jetzt nur noch Brauchen wir schon mal einen Stick So als Vorbereitung Ah, ich hab nen Stick Jaja, ich hab auch einen Aber Ich muss daraus ja jetzt Ich will daraus jetzt gleich hier vorne Hier ist ja irgendwo ein Crafting Table Hä, steht da nicht sonst einer am Rand? Den haben sie weggemacht Ich bräuchte was zu essen Ah ne, ich hab hier Großeltern Jetzt müssen wir von hier ins Wasser springen Ich hoffe, Basti Ich glaube an dich Was? Von hier oben? In das kleine Loch Warte, ich mach's dir vor, okay? Warte So Komm, Basti Überwinde dich Juhu Ah 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 Nein Da war doch was Ich bin doch im Wasser gelandet Ah Ah Du bist genau im Ganzen auf Gute Ah 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 Das war einfach Chee-Chee Ah Okay, Leute Ah 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 Wenn ihr bis hierhin geschaut habt Dann schreibt doch mal alle in den Chat Chee Äh In die Kommentare Chee-Chee Und wenn es euch gefallen hat Gebt dem Video einen Daumen hoch Schaut bei Logo vorbei Der ist richtig cool Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bye Tschüss